Mit der Nummer 1 im Tor Tobias Badermann, die 3 Julian Berg, mit der Nummer 4 Andreas Damrath, mit der Nummer 6 Christian Coni, die 10 Angie Fuhrmann, die 13 Dominik Tuesmann, Luca Müller mit der Nummer 14, die 15 Michael Schulz. Wow! Yes sir! Er setzt sich noch im Gästeraum, ok? Okay, go! Yay! Wow! Kuck mal, da sie kommen! Ja, komm mal, da sie ja. Kuck mal, da sie ja waren! Gut dran! Dankeschön! Das ist ein blöder Ausdruck. Ja, ja, ja. Das ist unnötig wieder, oder? Ja, ja. 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 Ja, jawoll! 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 Und wie ist das? Ja! Und wie ist das? Ja! 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 Applaus